Musik Hallo und herzlich willkommen in unserer Volksschule Peter-Kosella. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute unsere Schule zeigen und wir fangen bei der Aula an. Wir wollen uns heute unsere Schule zeigen. Musik 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 Wir turnen nicht nur im Turnsaal, sondern auch in der Klasse. Und das zeigen wir dir jetzt. Musik 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 Wir malen gerne zusammen wachs. Acht unserer 16 Klassen werden als Inklusionsklassen geführt. In einem großen Teil der Stunden sind somit zwei Lehrer gleichzeitig anwesend, die die Klassen im Team unterrichten. Ich zeige euch einen unserer Däume. Hier kann man spielen, malen und sehr viel Spaß haben. In den Gruppenräumen sind wir nicht nur am Nachmittag, sondern auch am Vormittag. Man kann mal spannende Dinge machen. Wir lieben es malen, wenn es ruhig ist. Wir üben gerade die Begleiter. Hier liegen gerade große Nummer. Es ist Zeit für unsere Hochpause auf unserer schönen Schulhof. Ich steige euch! Ich steige euch! Ich steige euch! Ich steige euch! Das ist einfach echt geil. Auf der Hofpausen toben wir uns richtig aus. In der Pause können wir gut Völkampagne spielen. 3 Drei 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 Das ist unser Turmsaal. Hier machen wir verschiedene Spiele wie zum Beispiel Merkband, Völkampagne oder auch Drei auf der Bank. Wir machen auch nicht nur Ballspiele sondern wir machen auch Spiele mit dem Ring oder mit unserem Leiter. Wir haben aber auch noch andere verschiedene Materialien. Drei Falta Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist unsere Schulbibliothek. Hier gibt es sehr viele Bücher, Bilderbücher, Hexen und Zauberer und welche Bücher man hier findet. Es ist hier immer sehr lustig, wenn man herkommt. Das ist unser Medienraum. Es gibt zwei Regionen. Das ist unsere Küche, das spielen kann. Hier können so vier oder drei Leute spielen. Ja, das ist unsere Küche, das spielen kann. Und das ist das, was es wirklich spielen kann. Puppen oder Sachen tun kann. Oder Wurstbraten. Hallo, das ist unser Werkraum. Hier sind wir kreativ. Wir arbeiten mit Holz, Stockton, Papier, Stoff, Wolle, Stein, Metall und unsere Sachen. Und wir sind schon neugierig, was wir heuer alles werken werden. In der Nachmittagszeit nach der Schule essen wir unser leckeres Mittagessen. Danke. 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 Danke, Heide. Ja. Vor dem Lernstunde erledigen wir unsere Aufgaben und üben dabei, was wir am Puppetag gelernt haben. . Der Nachmittag zu freuen war eine viele lustige Spiele für drinnen und draußen. Bis zum nächsten Mal. Man kann sich auch freiwillig am Nachmittag zu Unterricht anmelden. Zum Beispiel Sport, Chor, kreatives Gestalten, Forschung, Experimentieren und Tierschutz und Englisch. Wir haben nicht nur die Lehrer, sondern wir arbeiten auch mit Leuten von außerhalb der Schule zusammen. Dazu gehören Sportvereine, Musikschulen, Leseparten, Ungegarapi und andere Projektpartner. Vielen Dank. Wir hoffen, Ihnen hat unsere Führung gefallen. Auf Wiedersehen.